hallo und herzlich willkommen zurück zu ground okay haben wir oben noch stängel gebraucht ich nehme ein paar mit ja sorry dass die tonaufnahme also der ton auf einmal weg war und ich das halt drüber kommentieren musste ich hoffe das ist richtig zusammengefasst wenn man eine ball hätte hin und dort muss ja dann mache ich das so weil ich nicht weiß ob ich in die mitte aber das doch kann ich müsste ich können da ich nicht weiß ob ich in der mitte und es geht ja gar nicht netten oder geht das musste ich mal gucken fendeltreppe wo sie da hast du also hier warst du hin aber bei der unten nicht männer hier unten wird die dann wahrscheinlich nicht einpassen aber auch gar nicht schlimm dann könnten wir hier nämlich dicht machen von hier ab nach oben mit einer wendel treppe das machen was habe ich so er nicht voll halb rund was es da dreh immer anders um wie ich muss hinten haben noch seile gefehlt oder die will ich jetzt mal zuerst ein basteln habe ich das schon gemacht hatte ich das schon gemacht ja genial hatte ich schon gemacht gut perfekt dann können wir wieder zurück und hier hatte ich was ausprobiert muss es denn ist es denn nötig den hier so hinzubauen oder kann ich den noch einen nach innen verschieben wird das ausprobieren auf der anderen seite ob ich den einen nach hinten verschieben kann 5 ja super gut die anderen die zweiterin ist ja ein ganzer block dann reicht noch genau für einen dinge wo ich jetzt noch seile 13 an der zahl okay da musst du fragen was denn da muss was dann haben wir noch zwei seile nicht allzu viel was wird hier nicht reichen kann dann machen wir auch die dinge hin so da und ausnahmsweise mal richtig gedrückt da ein drin ein seilerin dann noch ein bisschen ich habe es vergessen wir aufmachen eine außenwand bin ich mir nicht sicher mache ich das mit den pilzziegel türen wenden oder nicht wird man eher soll ich die schon wieder alle schon wieder alle naja bauen und reden geht scheinbar nicht gleichzeitig das ist echt irre ja wenn ich über den pilz runter geht dann passt das perfekt so hüpfte hoch so was da unten hier so okay zwei über ein bisschen was können wir ja noch verbauen da geht nicht da geht komplett also klar weil es fehlt an seilen die ich nicht habe nicht da schon mal reinpacken wenn ich gehen oder da geht weil es mit der wand verbunden ist okay gut auf den pilz ich sag ja auf den pilz so was aber auch und dann sind wir schon wieder out of stengel ich meinte diese tür sollen wir die vielleicht auch mit so einer tür wie da hinten also quadratisch macht es mehr mittelalterlich denke ich mir oder ist doch so oder die dinger da aus okay ja wie gesagt jetzt habe ich ton jetzt rede ich nix war wieder typisch ich ich komme noch mit runter muster pilz das hat geklappt nicht viele ne 1 2 3 4 5 6 7 stück klar sind immer noch sieben ich habe kein dazu gebaut ich habe kein kaputt gemacht also müssen es eigentlich immer noch sieben sein irgendwas stimmt doch mit mit dahinten mit dem mit dem pilz nicht ne der steckt mitten in der wand das ist ungut so grobe seile 0 0 grobe seite gucken aufgaben larven jagen ok wolfsspinnen eine fehlt noch können wir jetzt machen dann baumwanzen das könnten wir eigentlich auch machen aber das ist soweit weg ich guck mal nach einer bolzspin welche rüstung habe ich an das habe ich mir fast gedacht das geht so nicht und besser immer schön die beste rüstung und ziehen gespannt was die rüstung vom nashornkäfer ist doch der nashornkäfer was die so an rüstung bringt das ist doch bestimmt die mit den hörnern also die aussieht wie wie ach komm ich weiß da ist eine wolfsspinne und kriegt die den kaputt oder bombardierte mich erst mal und rode ja ich höre ich höre so ob ich jetzt erschrocken ach das war sie gar nicht das war der blöde pilz jetzt höre ich sie jetzt höre ich die irgendwo hat sie gerade erschrocken unfassbar ist doch nur ein spiel wo ist dann hier die nächste wolfsspinne von hier aus gesehen das wäre nah ist relativ gesehen also nah bin ich jetzt keine bienchen brauche ich keine mehr ich grabe jetzt maden aus und wenn ich zufällig keine male ausgrabe dann machen wir das mit den lagen fallen oder die hört man doch hier mal so dunkles geräusch hätte ich gerne das ist es nicht auch nicht ist ja mal wieder typisch jetzt brauche ich ein dunkles geräusch jetzt kommt keins ach man so viele tropfen hier war immer ganz viel dunkle geräusche vielleicht euch ist doch da noch ein paar mehr ja aber da ist auch noch spinne wir sind durch ja dann mitnehmen hier nur noch die stinke käfer war ja einer hier noch um die ecke ist ne also hier um die ecke also normalerweise ist da einer ich gasmaske mit habe ich und ich jetzt schon anziehen so wichtig die jetzt anziehen man weiß es nicht man weiß wo bist du ich höre was hier da hinten ist er mörb mörb macht es warte ganz kurz gucken daten wo ist er oh mein oh mein wo ist er denn was ist das bombardierkäfer ne will ich nicht was ist das infizierte wolfspinne wo ist denn das ding wie sieht denn das aus milbe 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 spinne 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 was infizierte larve nein ist es auch nicht baumwanze da stechen und frisch ich hab nix stechen und frisch frisch auch nur dass das ist frisch aber nichts zum stechen aber dann dann beinahe ok die hätten wir die anderen machen wir dann nochmal ich hab zwei baumwanzen jetzt so dass denn ok ja da wo früher die anderen baumwanzen waren da drüben irgendwo da ist auch noch so ein spot gewesen da ist jetzt nichts mehr da ist alles verseucht und die baumwanzen sind schlicht und ergreifend weg genau so wie auf der anderen seite obwohl auf der anderen seite sind die denn noch da bin ich mir nicht mehr so sicher die waren ganz weit hinten ne ungefähr da waren die da waren die kann man hinlaufen und vielleicht mit dem fernrohr gucken wo ich welche sehe aber auf die entfernung glaube ich sieht man die gar nicht außer puste außer puste das war da ne glaube ich mal hier nicht mehr dass das ist ganz ganz da hinten man sieht nix ok gut hallo marienkäfer hier hat sich eine ameise hin verirrt ja wie hast du jetzt von dem angelockt normalerweise schon mal kriegen käfer melken äh wasserflöhe wollte ich sagen nein nicht wasserflöhe irgendwas ist hier seltsam sowieso ne keine rüsselkäfer mehr da nix nada niente nix mehr da was sagt man dazu so baumwanzen und eine wolfsspinne unter wasser wolfsspinnen gibt es ja keine oder naja nicht dass ich wüsste äh ja gut ich jetzt hier ziel und planlos durch die gegend lauf würde ich mal die folge hier beenden ne wir sortieren noch schnell ein da könnt ihr noch dabei sein säuredrüsen eine passenden gegenstände pelze habe ich keine was habe ich denn noch dabei und den käfern wo waren die denn drin ah hier ne larven und kram da habe ich hier alles so alles einsortiert hier bin ich am batzen machen das war es auch schon gerade ich konnte mal gerade ich glaube sechs patzen konnte ich machen das der sechste auch zehn oder oder ja ich brauchte doch zehn ich brauchte zehn nicht salzige batzen moment 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 ich brauchte zehn ich brauchte zehn nicht und den das was quatsit batzen ich muss gucken ich habe mich schon wieder vergessen salzige juwel ist doch 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 das auch auf level 9 8 8 aus den könnten wir uns machen weil quatsit batzen habe ich aber ja ich will die jetzt umgehen ausgehen weil zehn stück brauche ich das ameisen schwerten nach oben zu pushen ne ok gut dann jetzt aber ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen ihr habt euch gut und tschüss